Hier noch mein 160 Maßstab 1 zu 5, Routedurchschnitt ist 2,10 Meter, Grenze 2,05 Meter, 22 Kilo, fliegt hier mit einem Skorpionantrieb, ein HK3, 50,35 mit 500 kV, Skizlitz, Gerard Demon, und das ist der Originalnachbau dieses Boardhelikopters, was hier rechts über das Scherl-Rolsch mit ausgefahrenen Landgeschadenwerfern mit Ihnen hier nochmal mit seinem Helikopper auf den BW-Laber-Gelagentur und Applaus für die zwei hier, für der Flutwert, Matthias hier, von Ihnen ist ein Kopf. Alle Einbauteile hängen Sie am Original, funktionsfähige Türen, funktionsfähige Schiebetür, original beleuchtet mit Ausdauerbarer und Scheinwerfer. So, während die zwei dem Rotorwerder auslaufen haben, bei 2,30 Meter fassen wir auch nicht in die Mitte und bremst den Rotorkopf ab. Das wartet man besser ab, aber währenddessen hier Matthias für seine BK 117. Das Besondere an diesem Helikopter, der auf dem Schiff Nordstern stationiert ist, sind diese Behälter, die Sie hier an den Kufen sehen, so Verdingungen, das sind am Original Behälter, wenn eine Nullpassierung gemacht werden muss, dann kommen da aus diesen Behältern Luftbehälter heraus, sodass dann der Helikopter schwindfähig ist, nicht runtergehen kann. Zusätzlich auch längere Blumenaser, mit Radar-Technik, die nahe vorbeiften. Hier wird wunderschöner Schwebeflug. Auch hier haben wir wieder einen Zwischenapplaus für den Matthias. Wie gesagt, hat Berlin angeweist. Ja, da sieht das aber richtig fad auf. Slot unterwegs. Auch wunderschön. Trotz Sonnenscheinzee, die Blitzer-Positionssache, die heutige Politik, die Technik macht es glücklich. Der Flugbeflug verbindet es jetzt nicht auch schon. Ein schräger Vorbeiflug, noch mal schöne Fotokulisse. Matthias, auch ein alter Hase, mit 20.000, wie kann es gar nicht mehr weiß, wie man so ein Modell in Szene setzen kann. Es gibt mehrere Modelle, die er original nachgefunden hat und er eben so ein bisschen auch auf Facebook und so weiter verfolgt. Der hat dann auch feststellen dürfen, es gab schon einige Fotosessions, wo sein Modell in dem Original starten und man nicht nur zweimal gucken muss, um Unterschiede festzustellen, außer von Größe her. Aber in der richtigen Perspektive fotografiert ist es nicht. Das ist das, da rauszufinden. Ist es jetzt ein Modell oder hat es der Matthias gebaut? Der Konderal, sauber gelandet. Das war das Wort für aus dem Haus. Mario, euer Applaus! So, ob es geht der Schlagerflag weiter. Ich gebe...